Willkommen zurück, bei Vater & Son. Le, Frau Pfann, jawohl, erstmal den Hund streicheln. So, ein bisschen was haben wir ja noch zu erledigen heute. Und wie meint ihr bitte, abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, gebt mir bitte ein bisschen Feedback in den Kommentaren und, ja, leitet so ein Video doch vielleicht einfach mal weiter. So, wenn ich mich jetzt hier nah genug ran stelle. Wird ihm dann warm? Das sehe ich ganz so, Nico. Oder ist es da einfach nicht kalt genug für? Ach, wisst ihr was? Wir düsen mal eben in eine warme Ecke. Da gibt es vielleicht auch was Wichtiges zu sammeln. Shit auf die 7 Dollar hier. So, das erste Video ist online. Die Waschmaschine läuft auch. Also kann ich mich jetzt dem zweiten Teil widmen hier. Oh, vom Licht ist das ja schon eine schöne Stimmung. Auch wenn es einfach in der falschen Gegend ist, ne? Ja, ne, das wollte ich nicht. Aber wenn ich mit gerechnet so sportlich bin, bin ich im wahren Leben selbst nicht. Und schauen wir uns mal da hinten oben. Ich hatte ja erst vor, hier wirklich schnell durchzuziehen, ne? Aber im Ernst, warum? Aha. Die ist warm genug. Da hinten ist die nächste Straßensperre. Wie muss das denn sein? Eigentlich nicht, oder? Obwohl, eigentlich doch. Ich muss ja noch was plündern, oder? Warte, 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 habe ich das wieder. Ich habe es nicht, ich merke es mir nicht. Ich kann es mir nicht mehr merken hier. So, was war hier eigentlich noch? Kleine Eier, ja, ja, gewürztes, exotisches Vogelfleisch. Schafgabe, Bräuer, okay. Händler, da brauchen wir noch zwei. Da ist es, Sammlerstücke, wenn wir nicht spielen. Einen noch, ja dann. Was nehmen wir denn da mal für eine Knarre hier? Der kommt. So, warum mache ich die rein, oder? Oh, ich bin gleich blatt hier. So, Treff. Ja, ich habe es heute echt. Ja, das Pferd ist versichert. Mache euch keine Sorgen. Ich habe aber echt hier die Schnauze voll. Oh. Ich sollte es lassen. Hilft nichts. Es muss ja losgehen hier. Komm. Ich sterbe halt noch mal. Ich weiß, das hätte man alles taktisch klüger lösen können. Aber manchmal, da muss man einfach drauf los. Einfach nur die Hoffnung, dass die irgendwas verlieren, was ich gebrauchen kann. Und dann ist hier nochmal doch durch hier. Oh. So, Thema durch. Nee, das wollte ich nicht. Ich bin heute etwas unkonzentriert. Es tut mir wirklich leid. Ich bin heute nicht ganz auf der Höhe hier. So, welches Pferd haben wir da. Okay. Oh. Oh. Schönes Shirehouse. Er kraft. Ja. Es steht hier alles ein bisschen dumm, ne? Tut mir leid, Fing. So. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo... Ich ignoriere es wieder. Ich weiß nicht, ob wir noch gar nichts. Tatsache. Oh, 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 oh. Da ist was in der kleinen Kirche. Oh, da ist... Nein, da ist ein Pflänzchen. Ist ja noch was drin. Nö. Ja, aber wenn man hier ist, muss man ja wenigstens einfach reinluschern. Tja, hier ist wirklich wenig heute. Oh, 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 oh. Taschenvögel... Äh, Taschenkröte hier. Taschenvögel brauchen wir noch. Ich brauch sowieso noch so viel. Die Knarre müssen wir auch noch putzen. Kinder, Kinder, Kinder. Mann, Mann, Mann. So, und gleich noch das exotische Vogelfleisch oder was das wahr machen. Oh, kleine Vögel, keine großen hier. Brauchen wir auch nicht. Schmunkreiher brauchen wir auch nicht. Mann, Mann, Mann. Traurig, traurig hier. Ich würde sagen, wenig los heute hier. Richtig wenig los. Ist das wirklich hingehört? Wo ist es hin? Ist das Richtige? Auch nicht. Gibt's doch nicht. So. So, haben wir die Aufgabe nämlich auch durch. So, und was war das jetzt für Fleisch eigentlich? Gewürzt ist exotisches. Gewürzt muss es sein. So, Naturkunde, da wollte ich noch was wissen. Legendäre Tiere fotografiert. Aha. Aha, 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 aha. War da hinten eins? Wieder nicht drauf geachtet, ne? Vom Geräusch her hätt's das sein können. Ja, das große Pferd wird schnell nervös. Quatsch. Quatsch hier eigentlich, ne? Ist aber so. Was ist es? Das ist die scheiß Kamera, da. Ja. Na, nicht absteigen, Junge. Dranbleiben, da hinten ist es doch. Ja. 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 Da haben wir nämlich vorhin sicher jetzt gehört. Mann, 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 hier. Das Tier bleibt jetzt aber über die Nase voll. So. Ja, dann kommen wir ja langsam vorwärts hier, oder? Was machen wir denn noch? Zwei Stück. Okay, Zähigkeitszone, das können wir ja später noch machen. Ja, schwierig, schwierig. Sammler ist durch. Händler. Na gut, zwei Sachen. Dann hätten wir es schon. 15 Minuten. So, klingt erstmal gut. Ist das eigentlich ein mittlerer hier, oder? Oh, es hat einer. Wie lange hält eigentlich die Wirkung des Zähigkeitstonicums? Nehmen wir komplett mit hier. Ich will das jetzt wissen. Boah. Hier wiegt bestimmt ein paar Gramm. So, was haben wir denn hier? Was von Pelikan? Das Fleisch brauchen wir doch. Aber Pelikanen habe ich irgendwie nicht so oft. Ja, das läuft ja hier. Ich höre die ganzen Fliegen und das ganze Zeug hier höre. Klingt nicht zu viel. Ach egal. Da sind die ganzen Zeichenvögel. Seht ihr das? Jetzt aber. Baking Enten. Dann wird weiß ich nicht was. Ich muss auch noch mitnehmen. Ach egal. So. Wo ist der Kleine? Und da. Nehmen wir mal so eine Ente mit. Und dann. Sollten wir eigentlich mal. Lügen fürs Lager haben, oder? Der Kraft. Ich finde es ein super schönes Pferd. Haben wir ja glaube ich schon mal gesagt. Ich mag Kalbblüter und Konsorten. Sowieso unheimlich gerne. Der ist wieder platt geritten hier. Tja. Nehmen wir auch noch mit. Kommt ja nicht drauf an. Wer sitzt denn da? So. Ah sorry. Jetzt sollten wir aber genug haben. Eben noch mal da hinten gucken. Kann aber das. Sieht aber nicht so aus. Nö. Da würde ich mal sagen. Drehen wir die Almreise an. Machen wir erst das exotische. Überwürzte. Hier. Schon wieder 18 Minuten. Mann, Mann, Mann. Da war es doch. Exotisches Vogelfleisch mit. Damit. Da habe ich nur von. So. Ab nach Hause. Aber klar. Ich frage mich echt wie lange hält die Wirkung an hier. auch schon mal erledigt. Und jetzt dürfte uns ja nur noch eins fehlen. Also das wird hier nichts. Schafgabe. Ja hätte ich längst sammeln müssen. Schwarzgewand, ne. Schwarzgewand, da kann nichts werden. Story Mission habe ich keine Böcke drauf. Naturkundler. Das Zähigkeitstuniker. Tja. Wie lange hält das an? Erstmal die Lieferung abholen. Wisst ihr was? macht ja gar nichts als drei teile raus oder bestelle ich hier einfach die vorräte in den nächsten mal weitermachen spaß hier mal so weit kochen für die 250 points zu essen wisst ihr was an den typen hätten auch plündern und schluss machen nicht weg das können wir noch mal eben machen hier und diesmal sollte ich vielleicht aufpassen dass er nicht so weit weg sind ja nur plündern für die aktion ganz schön ab jetzt machen wir einfach schluss da seht ihr es gesuchte person geplündert so das war der zweite teil am dienstag vielen dank für euren besuch abonniert bitte den kanal lasst mir ein like da und leitet das video ruhig weiter vielen dank und bis zum nächsten mal bei father and son play for fun